Nach Ravioli, Ravioli-Gemüse und Ravioli-Diavoli. Nun der nächste Platz der 10 sensationellsten Dosengerichte aller Zeiten. Platz 7. Ravioli in pikanter Fleischsoße. Pfiffig, lecker, ungesund. Gammelfleisch versteckt im Teigmantel. Dieses raffinierte Rezept vereinfachte jahrelang der faulen Hausfrau die Arbeit am Herd. Und die Ravioli-Forschung setzte bald noch einen drauf und nannte es Ravioli in pikanter Fleischsoße. Ich bin ja eher so ein Freund von Ravioli-Diavoli. Ja, bei Ravioli mit Fleischsoße muss man als Model sehr vorsichtig sein. Also was man auf keinen Fall essen sollte, ist das Fleisch in der Soße. Ja, und natürlich nicht die Ravioli, klar. Aber sonst, mh, yummy! Ravioli-Diavoli. Die sind so wie ich. So scharf. So extrem. So außergewöhnlich. Ravioli, I like Ravioli. Nur noch schärfer, noch extremer, noch außergewöhnlicher.